Hallo, mein Name ist Felix und heute zeige ich euch die Functional Area bei uns bei Get Fit. In unserer Functional Area trainiert ihr spielerisch eure Kraft, Beweglichkeit und Koordination und verwendet dabei Equipment wie zum Beispiel den TRX Schlingentrainer, den Battle Ropes oder den Kettlebells. Du gestaltest dein Training individuell, trainierst den ganzen Körper und somit wird dein Training nie langweilig. Und gerne zeigen wir dir bei einem Personal Training, wie du dein Training kreativer gestaltest und somit den Spaß bei deinen Workouts erhöhst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Training in der Functional Area und bis bald bei Get Fit.